Du hast Lust zu malen oder zu zeichnen, aber findest nicht so recht den Anfang, die Hürde scheint zu groß. Du möchtest dich ganz einfach mal entspannen, suchst Inspiration für eine größere Arbeit, möchtest etwas über dich selber erfahren und deiner Intuition zu vertrauen lernen. Dann lass uns gleich starten mit dem Zeichnen ohne Verstand. Mindless Drawings. Ich bin Astrid Blome, Künstlerin, Malerin, fasziniert von den Geheimnissen der Intuition und allem, was im Unterbewussten passiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mindless Drawings. Zeichnen ohne Verstand. Wie du weißt, zeichnen wir hier mit geschlossenen Augen. Heute möchte ich dich wieder einmal mit auf die Reise nehmen, ins Land der Möglichkeiten der inneren Bilder. und das, was vor dem inneren Auge erscheint, das ist das, was gerade wichtig ist und was die Frage beantworten kann, die ich gleich stellen werde. Aber es geht natürlich auch um das Zeichnen an sich, um Entspannung und einfach ein paar Minuten Ruhe. Lass uns starten. Du hast wieder dein Zeichenmaterial bereit liegen. Davon gehe ich jetzt aus. Also einen Block mit einem dickeren Papier und ein Zeichenstift, Tintenstift, wasserfest am besten, wenn du deine Zeichnung später noch mit flüssigen Farben nachbearbeiten möchtest. Ansonsten geht das natürlich auch mit Buntstiften oder Filzstiften. Du kannst mal mit Kohle experimentieren oder mit dem Bleistift. Wichtig ist, dass du einen Stift nimmst, der sich ganz leicht über das Papier bewegen lässt. Wir schließen unsere Augen, sitzen ganz bequem, die Füße berühren komplett den Boden und wir atmen dreimal ein und aus, um erst mal anzukommen. Durch die Nase ein. Durch den Mund wieder aus. Und ein zweites Mal durch die Nase einatmen. Und ein zweites Mal durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Ein letztes Mal durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Jetzt bringen wir die Qualität des Papiers in Erfahrung, indem wir einfach die Oberfläche des Papiers ein bisschen abfahren mit unseren Handinnenflächen. Dabei stellen wir auch fest, wo die Grenzen sind von dem Papier. Ja, wie ist das Format eigentlich? Wie hast du es hingelegt? Quer oder hochkant? Schräg vielleicht auch? Du kannst für dich die beste Position auswählen. Nimm den Stift in deine bevorzugte Hand. Oder wenn du eine besondere Herausforderung möchtest heute, dann nimm den Stift doch einfach mal in die andere Hand. Und die Augen sind, wie gesagt, geschlossen. Und wir konzentrieren uns total auf das, was in unserer Vorstellung erscheint. Diese Folge erscheint, wenn der Frühling gerade begonnen hat. Und ich stelle die Frage, welchen Impuls bekommen wir jetzt für den Frühling? Was darf hier Neues entstehen? Die Natur bringt ganz viel Neues hervor nach einer längeren Ruhephase. Und wie kann das bei uns Menschen aussehen, dieses Neue? Da bekomme ich jetzt als erstes das Bild eines Heißluftballons, der ganz langsam über die Landschaft schwebt. Die Landschaft unter uns ist eine unspektakuläre, flache, grüne Fläche, ein bisschen unterteilt durch Hecken und hier und da mal ein paar Bäume, kleine Teiche, aber ansonsten unauffällig oder ganz normal. Keine Berge, kein Meer, sondern doch, ich sehe da einen Fluss, der aber auch nicht besonders breit ist, der schlängelt sich durch die Landschaft. Aber wir zeichnen mit geschlossenen Augen jetzt erstmal diesen Heißluftballon. Mit ganz wenigen Strichen deuten wir das Wesentliche an. Ich gebe uns ungefähr 15 Sekunden dafür. Wie soll der Ballon aussehen? Hat er ein besonderes Muster oder ist er schlicht aus? Streifen zusammengesetzt. Hast du vielleicht jetzt auch schon eine Farbvorstellung? Die spielt natürlich erstmal keine Rolle, sondern erst später. So, schwebt dein Ballon? Wenn ja, stelle ich jetzt die Frage, wo wir denn sind? Ja, natürlich im Ballon. Denn ich habe ja den Blick auf die Landschaft unter mir gehabt. Ja, dann zeichne dich doch einfach mal ein, wie du da in diesem Korb von dem Fesselballon stehst. In ungefähr 10 Sekunden eine menschliche Gestalt, mehr oder weniger genauso, wie du das gerade empfindest. Ja, wie ist denn das Gefühl beim Fliehen? Fühlst du dich damit wohl, von oben auf die Welt zu schauen? Überhaupt magst du dich in diesem Fesselballon über die Erde bewegen? Vertraust du dem Ballon, das er dich trägt? Bei mir ist es so, ich fühle mich damit sehr wohl und ich bin ganz erstaunt, welche Muster ich da unter mir sehe. Diesen Fluss habe ich schon erwähnt. Ansonsten sehe ich da jetzt ein Schachbrettmuster in verschiedenen Grüntönen auf jeden Fall eine sehr starke Ordnung. Und ich zeichne dieses Muster einfach mal ein, ganz grob angedeutet, aber in eine andere Ecke des Blattes. Und ich zeichne auch den Fluss ein, der dieses Muster stört. Im positiven Sinne. Ich gebe uns da wieder 15 Sekunden. Und ja, wie schlängelt sich der Fluss? Wie viele Kurven hat er? Wie viele Schleifen macht er? Wie breit ist er? Und wie ist das Muster der Felder im Verhältnis dazu? Ja, ich bekomme da jetzt eine Mitteilung, eine Botschaft. Und die sagt mir, ja, in der Natur gibt es viele Musterstörungen. Es gibt Muster, die können ganz, ganz regelmäßig sein, aber es gibt auch Muster, die sich wiederholen, aber nicht hundertprozentig wiederholen. Das sind keine hundertprozentig gleichen Kopien, sondern es ist immer eine Kleinigkeit verändert. Und diese Muster, die sind besonders interessant. Was ist denn das Neue dahinter, hinter dieser Botschaft? Was fange ich jetzt damit an? Ich sehe da jetzt gerade ein paar Sterne dazu mit fünf Zacken. Es sind zwei Sterne mit fünf Zacken am Himmel stehen. Und diese Sterne, die kommen jetzt auch noch ins Bild. Fünf Sekunden reichen ja aus. Es sind zwei Sterne. Was sagt uns das jetzt im Hinblick auf diese Muster, die sich sukzessive verändern? In etwas anderes, in ein ganz neues Muster hinein. Diese Sterne sind unsere Orientierungspunkte. Die sind immer da. Das ist das Verlässliche und können uns in neue Muster reinentwickeln, weil uns nichts passieren kann. Die alten Muster sind jetzt nicht mehr geeignet. Ja, sie langmeilen uns. Ich merke da auch so etwas wie so eine totale Energielosigkeit und Langeweile. Und aus uns selber heraus entsteht da gerade etwas Neues, ein neues Muster. Und dadurch, dass wir einfach immer nur nach oben schauen, diese Sterne sehen, zwei Sterne, die sich gegenüberstehen und die miteinander in irgendeiner Beziehung stehen, die leiten uns da, die geben uns Mut und Stärke, diese Veränderung auch zu vollziehen. Ich möchte aber noch etwas mehr wissen. Und zwar, wie sieht dieses Muster denn konkret aus? Vorher war es ein Schachbrettmuster, regelmäßig geformt aus Quadraten. Ja, und jetzt sehe ich ein Muster, was Zackenlinien enthält, so breite Zacken. Die zeichne ich jetzt auch noch mal ein in fünf bis zehn Sekunden. Wie ein liegender Blitz sozusagen, das ist eine breitere Linie, ein breiterer Streifen, so. Und jetzt auch noch ein zweiter dazu, können wir auch noch eins zeichnen. Ja, ich sehe wirklich nur diese zwei Streifen in Zackenform. Die haben einen gewissen Abstand, aber würden auch ineinander passen, wenn man sie übereinander legt. Da ist schon eine Regelmäßigkeit in diesen Mustern. Es ist auch was was Konkretes, aber komplett anders als das, was vorher da war. Wofür können diese Zacken stehen? Ich sehe sie auch von der Seite und nicht so sehr von oben. Und es gibt die Möglichkeit, darunter durchzugehen. Es gibt die Möglichkeit, auf ihnen herumzulaufen, bergauf und bergab zu gehen. Wir können bergab sogar runterrutschen. Aber was fangen wir jetzt mit diesem Muster an? Gibt es da eine besondere Botschaft? Die Botschaft lautet, dass wir endlich akzeptieren sollen, tatsächlich sollen, dass es im Leben nicht immer nur bergauf geht, sondern auch bergab und zwar auch mal rutschartig. Aber auf dem Weg nach oben gibt es kleine Treppenstufen, kleine Stufen und es ist gar nicht so anstrengend, da hoch zu klettern. Runter ist leichter als rauf. Aber alles gehört dazu und nichts ist besser oder schlechter. Der Weg nach oben ist genauso viel wert wie der Weg nach unten. Wenn wir unten gelandet sind, geht es mit absoluter Sicherheit wieder nach oben. Wir dürfen uns von dieser Illusion verabschieden, dass es nur nach oben geht. Das Leben ist bestimmt durch Pole, ja, durch Plus und Minus. Nur so entsteht Spannung. Ansonsten, das kennst du auch vom EKG wären wir tot. Eine flache Linie, das Auflösen der Spannung der Pole bedeutet tot. Das war jetzt sehr, sehr viel an Informationen, ohne dass wir dazu etwas gezeichnet haben, aber das Bild dürfte trotzdem voll sein oder auch gut aufgeteilt sein und dich an diese Botschaften erinnern. Öffne doch mal die Augen. Sehr spannend wieder. Mein Tipp wie jedes Mal versuche ein bisschen aufzuräumen in dem Bild dadurch, dass du die Flächen mit Farbe gruppierst. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mitzeichnest. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, schau auf meine Website www.astridblume.de Folge mir auf Instagram, hör in meinen Podcast rein, Kunst musst du nicht verstehen oder schau auf YouTube unter Alles in Farbe.